Für uns ist aus Markensicht Digitalisierung eigentlich nur eine komplexere Art der Kommunikation. Es ist einfach ein weiterer Kanal, auf dem ich als Marke kommunizieren kann. Ich würde sagen, muss sogar mittlerweile, weil wir wissen alle, die Welt dreht schneller. Die Kunden haben andere Erwartungen, es gibt andere Ansprüche an Kommunikation, an Austausch, an Dialog, an Plattformen. Und die Herausforderung für die Marke ist sicherlich zu verstehen, einerseits mit diesem Kanal zu spielen und aber auch wirklich in einen stärkeren Dialog mit dem Kunden zu treten, um wirklich besser auf die Bedürfnisse und die Anforderungen eingehen zu können. Wenn wir über Marke reden und nachdenken, reden wir eigentlich über wirklich ein reales Business Asset, was wir zusammen mit den Kunden im Sinne von Wachstum managen können. Es ist ein Werk wie eine Maschinenstraße, die muss sich pflegen, die muss sich führen und die muss sich letzten Endes auch immer in Stand und in Schuss halten und vielleicht auch mal updaten. Ansonsten ist das Ding einfach irgendwann verschlissen und funktioniert. Ich meine, das Gleiche passiert bei einer Marke. Das heißt, ein Marketing Officer muss sich heute eigentlich eher die Brille des Kunden aufsetzen, noch viel, viel stärker als vorher. Wichtig ist zu verstehen, es geht um Kunden, Kundenzentriertheit, den Kunden zu verstehen und damit muss ich als CMO in dem Falle dann meine Marke führen. Die Kontaktpunkte, an denen der Kunde die Marke erlebt oder die Produkte erlebt, sind immer vielfältiger, sind immer komplexer, sind im Teil noch immer weniger steuerbar, weil es einfach Medien sind, Kanäle sind, Social Media, Chip Advisor, Word of Mouth, was wir früher auch schon hatten, was aber jetzt durch die digitale Kanäle viel, viel multiplizierter wahrnehmbar wird, muss ich die anders bespielen. Ein Traditionsunternehmen wie eine Deutsche Bank oder wie ein Automobilhersteller, der seit hunderten von Jahren Autos baut, wir haben einen Vortrag gehört von BMW, was die Herausforderungen angeht, die Marke, wie die sich weiterentwickeln muss, was im Sinne von Innovationsforschung, Trends, wie ich Kundenbedürfnisse anders abdecken muss, darüber nachdenken muss, da sind die sehr gut drin. Die haben einfach eine Expertise von hundert Jahren, das darf man nicht vergessen. Die jungen, ich nenne das jetzt mal Startup, jetzt Google kein Startup mehr, aber die jungen Tech-Unternehmen haben einfach viel besser die neue digitale Welt verstanden und können viel besser mit diesen Medien umgehen. Das heißt, da sind eigentlich diese beiden Welten von Expertise und Historie und ich habe eben auf der anderen Seite dieses sehr schnelle ich kann mit Technologie anders umgehen und ich kann dadurch, dass ich ganz anders damit aufgewachsen bin, auch ganz anders konsumieren, ganz anders verarbeiten und auch ganz anders produzieren als Google beispielsweise, was Produkte angeht. Da ist also was, da müssen die einen von den anderen lernen und die anderen von den einen. Der Deutsche Markensummit wird veranstaltet vom FAZ-Fachverlag Frankfurt Business Media. Mitinitiator ist das FAZ-Institut. Mitveranstalter sind Deutsche Bank, FPS und Interbrand. Inhalt. Mitveranstalter zu